Du warst wie ein Roller, nur dass du nicht noch ein Roller bist. Ja, ein Roller mit Gangschaltung gibt's auch. Triggert mich immer wenn, zeige Kackdinger mit dem Roller zu zeigen. Oh mein Gott, Kackdinger? Hallo? Hallo, ich bin Wesie, ich bin schlecht mit dem Schlechtspiel. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch meine A2 machen soll. Aber ich glaub schon, wenn ich mit dem Auto fertig bin. Hä, kannst du das nicht gleichzeitig mit dem Auto machen? Ja, aber ich meine, ich muss ja nur zwei Fahrstunden machen und Prüfung und ich weiß nicht wann ich bin. Zwei Fahrstunden brauchst du nur? Was für Auto oder für A2? A2, weil ich habe ja schon Motorradführer, ich brauche ja keine Motorradfahrstunden. Oh, oh mein Gott, das ist so vorweg. Und die zwei Fahrstunden sind halt einfach nur für die Übungen zum Üben. Ist ja nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach's weg, Emily. Emily, mach's weg. Ich kann's nicht! I hate my life. I hate my life so fucking shit. Hey, aber bei mir, also ich hab's eigentlich fast getroffen. Ja, ich hab's eigentlich auch fast getroffen. Visi, machst du eigentlich auch mal irgendwas? Was? Ja, zwei Punkte, okay? Ja, Visi, machst du auch mal was? Vom Anspiel. Ich hab die Fresse in mir nicht, wir haben sie gleich gut gesehen. Ja, aber du, ich hab dich eben die ganze Runde nicht gesehen. Ah, mach's weg! Ist das eigentlich Philipp auch gefragt oder nicht? Nein, der spielt grad arg. Ja und? Dann frag ihn doch selber, wenn du ihn liebst. Ich hab ihn nicht aus dem... Hä, was? Im TS hab ich Angst. Im TS hast du Angst? Du hast Angst vor Philipp. Du willst mit Philipp spielen, dann war das Angst vor Philipp. Okay. Ist okay. Ne, ich hab Angst vor Menschenkontakt. Das hat für Menschen. Wow, das war für ein bisschen edgy. Alter, Chris, halte ich im Weg! Wow, wow, wow. Ich bin dir eh immer im Weg, du mir leid. Sieht man jetzt doch wie ich dich anrampen. Scheiße, man sieht's, man sieht's nur. Ohne Nitro hab ich das gemacht, Leute. Easy. Gut gemacht, Amelie. Danke, Chris. Wir haben noch nichts mehr. Nein, bist du nicht. Du hast immerhin Chris nicht weggekickt. Hat er. Er hat mich zwei Sekunden später, nachdem du mich weggekickt hast, weggekickt. Du warst mir halt im Weg. Ups. Ah, zwar Chris. Nein. Oh, sorry. Hallo, Amelie. Ah, hast du Angst vor dem Ball? Warum springst du vom Ball weg? So, der Ball kommt auf Fizzy zu. Er schreit und fährt erstmal weg. Ich mag den Ball nicht. Hallo, Amelie. Hallo, wir sind. Wir sind nicht vom Ball wegfahren. Ja, ich probier... Ich bin stuck, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Was? Was? Ich spiele mit Luke, Alter. Family. Oh, ich hätte fast weggekickt. Du mich? Nein, ich war. Ach so. Ich hab' ganz schnell den Rückhörtgang eingelegt. Gott sei Dank. Hä? Nein! Ich hab' mir eben gerettet. Oh Gott. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wenn sie so bald wie eine Haarstücke gehen. Wie war der Ball in deiner Kamera? Groß und erschreckend, oder? Groß und furchteinfluss. Nein! Nein! Ich zuck da immer voll zusammen, wenn der Ball so übel fett in meiner Ballkamera drin ist. Oh god. Tut mir so leid, Leute. Ich bin so fett dran vorbeigesprungen. Was? Was ist das los? Ich bin tot! Verpiss dich, du fechst mir unten in der Wasser. Wer? Ey, willst du nicht? Almeni. Warum musst du mich immer anrempeln? Oh Junge, ne? Okay, das war mein Absicht. Also, sie will den Ball irgendwie nicht treffen heute. Hab ihn weggekriegt. Das finde ich ein bisschen tosig von dir. Aua! Nico Bam Bam. Ist es meins? Danke. Wow, Alter. Schmeckt erstmal wieder so was vorbei. Ich wollte ihn prädiken. Du bist ein Kurensucht-Auto, Junge. Lass mich doch wegen Ball schießen. Alter, könnte mal auf, um mich rumzukicken. Oh, nice. Bissi, Bissi, sehr gut. Bissi, sehr gut. Ich finde, dass sie über mich drüber rutscht. Ich finde, ich wollte ihn trocken. Nein. Nein. there! Oh, schade. Oh. Ich muss das ausrechnen gut, ne ich auch nicht. Mann, ich wollte den hier... Mann! Nein! Emilia, schüpp dich einfach weiter. Ja. Oh, sehr gut, wer sich selbst. Ja, 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 ja. Okay. Ich hab mir ein bisschen alt geküsst, ne? Mann! Hä? Mach's weg! Sorry. Wieso? Warum? Wie wenn ich meinen eigenen Torwart ne Grätsche geben würde, obwohl er, obwohl grad ein Ball vorbeikommt. Warum läuft nur Scheiße, Alter? Das ist ein Tor, ehrlich. Hä? Nice. Warum hat wir sie so einen guten Ping? Hä? Weil ich in Norddeutschland wohne. Hör auf damit. Hör auf, da zu wohnen. Komm nach Bayern. Da gibt's überall Scheiß-Internet. Da gibt's überall Scheiß-Internet. Okay, ne. Weil hier ist mega langweilig. Weil er gehört nicht zu Deutschland. Ja, er gehört zu Bayern. Ja. Warum schiebt er eigentlich alles auf Bayern? Das ist so ne Spaß. Ja. Gut, LMG! Wow! Ja! Ich hab' 50 Punkte geklaut. Ich hab' jetzt gar nicht getroffen ohne mich. Was will sie? Wissi! Aua! Nein! Ich will den Tor machen. Ja, mach! Was will sie den Tor machen? Wissi! 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 Vergiss nicht! Du darfst die nächsten zwei Jahre das Spiel nicht installieren. Ist sehr schlimm, weil ich hab' nicht...